Jo Leute und damit willkommen zurück zu Super Mario All-Stars mit dem Flash Mit Centos, dem L-L-L-L-Lucci Lalalalalala Lalalalala Wo waren wir zuletzt eigentlich? Wo müssen wir uns eigentlich durch? Durch die Pflanze, also nach oben, ne da nicht Ich glaub über da ins Hoch, ja Da? Ich glaub nicht Ich glaub der lenkt mich woanders lang Ne, das war die Abkürzung ja ja dann ist es der links daneben gewesen weil da ja die pflanze war ganz level kann sein eigentlich eigentlich irgendwo nach vorne hin sollte auch weil es vorne geht auch blockiert da auch guck mal da oben bin ich auch mit mario jetzt gerade du mich auch du mich auch da lang was nehmen wir Machen wir die Machen wir die Gegen eins will ich nehmen, weil wir müssen ja weiterkommen Oh ich doch grad schon Der Flasch der ist so dumm Ja, hier geblieben Ah Ne Warst du Bäh Alle brauchen Ey, Flappy Bird Irgendwie ja Toll Scheiß Wir sterben Warum immer ich Als Lucy ist der Level Das Level ist behindert Oh, ich hab noch zwei Leben Tja Hast du wohl, ne? Auch nicht ernsthaft, Controller Bitte dich Jetzt hast du gerade noch hier alles eingestellt Was das geht Jetzt geht das schon wieder nicht Was soll das denn? Okay Ach ja, da machen wir das ganz anders B A Mit Tastatur SD Start Keine Ahnung, Start ist Keine Ahnung, Start, keine Ahnung Ist der G hier unten Äh Select Wo muss ich damit Was ist denn Springer A gewesen? Ah, Springer Okay B Aber ich würde springen Also Es kommt drauf an, wie du es nutzt Lenken mit den Pfeiltasten, ne? Ne, 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 ne W, A, S, D Naja Oh Geil Probieren wir aus Äh Ich weiß gar nicht, wo ich Start unterbelegt hatte Wenn ich sowas einstelle, dann mache ich Y, A und X, B So, da unten habe ich Start eingestellt Und Pfeiltasten, nämlich zum Bewegen Ja Ich muss jetzt nur den Button ausfinden, welcher schneller Rennen war Wie war das denn immer? B Ne, B ist B ist schneller Rennen Ja Eigentlich schon Ne, B ist nicht schneller Rennen Oder A Eins und Beine Ne, A ist springen Dann war das B Da waren nur zwei in dem Quatsch Nicht Quatsch Gibt immer A, B, X und Y Habs immer Ja, aber hier war nur A und B Nein Nein A, B, X, Y Gibt es alles Ach ne, in dem war ja anders Aber hier habe ich nur A und B belegt Ach, come on Ich kann damit nicht spielen Mann Mach mich aggressiv Hm, ich merks Kann nicht sein, dass der Kann nicht sein, dass der Der steckt da auch letztes Mal da drin Stimmt ja, hier habe ich A und Y belegt Was machst du da? Mach nix Was? So Was? Ich hab grad schon extrem Behinderte Level Jetzt Musst du's nochmal rumstellen Kannst du dir zocken Ich weiß auch nicht, warum Ich glaube, dass du nicht spielen Mario Ich glaub das kacke Äh Ob soll ich auch nicht Jetzt willst du diese Scheiß-Buttons haben? Willst du mich verkackt? Ich will den schon wieder nicht haben, oder was? Hallo Spiel Hallo Spiel Nimm doch einfach die Kontrolle in dein Gesicht und spiel damit Ich bin mit Falsch Tja Da ist nix mit Falsch Musst du mal gehen Natürlich, du musst das bisschen woanders anstecken Wenn du das meinst, so blödes Fuck-Game heute Ich bin falsch mit dir Jetzt bin ich mit dem Mikro noch auf meine Schulter gekommen Professionell wie immer Gehst du jetzt? Jetzt hör auf zu blinken Du bist doch nur am blinken, du blödes Gatt 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 Nimm den jetzt Boah, das ist Mach mich echt aggressiv Dich macht immer alles aggressiv Kann ja wahr sein Warum reagiert der denn hinten nicht drauf? Das hat letztens sooo schön funktioniert mit der Tastatur Jetzt will er nicht Du meinst mit dem Controller Ha? Du meinst mit dem Controller Naja, weil er fasst Er fasst den da irgendwie nicht drin Weil du meintest, dass es so schön mit dem Tastatur funktioniert Ja, weil ich jetzt immer meine Tastatur mal einstecke So So So, das muss jetzt gehen Ah Gestern Gestern haben viermal welche versucht bei mir auf dem Steam-Conto rauszukommen Machst du denn sowas? Ich mach sowas nicht Äh So spiel ich ja stimmt Ups Ist zwar ein bisschen laut Was? Was? war knapp dein ernst game over ich glaube es ist gar nicht so schlimm ich weiß gar nicht ob ich da ein level zwischen hatte nur das eine da oben das eine kann ich was level 6 war das ist ja ein fehler machen ja ich weiß ich habe es gemerkt ich bin zu doof dazu zum beispiel sonnfehler ne das ist das größte problem weil dann schafft man das nämlich nicht ich will kein floppy bird spielen hallo jeder muss floppy bird spielen naja kann ich ganz gut ich glaube nicht mein zweites aggressionslevel war doch dein lieblingslevel sagt da kommen einmal noch ich gesagt habe kommen wir machen noch einmal da war ja was mit den blöcken hatte man das zu anfang gewusst hätte man das zu anfang gewusst hätte man nicht gleich genommen und dann kann ich gleich laden wenn ich dem ufer gehe ja das werde ich sowieso was jetzt schon das weiß ich jetzt schon aber richtig aids müssen halt wieder die nächste abkürzung kriegen dann ist es ja egal wenn sie sterben ist bei der abkürzung ganz volle leben immer haben ich kann jaden das ist klar du bist ja noch mal dran aber irgendwie immer so probleme mit spiele mit kontrolle das denn weiß er nicht aber da papa 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 kann doch mal versuchen also nicht irgendwas zu fliegen weiß ich gar nicht ja aber was bringt mir fliegen ich komme glaube ich nicht über die röhren meinst du ich kann gleich mal gucken ob ich was zu fliegen fuck schaffe ich nicht zeige dir bin zu blöd hängen geblieben naja ich hab'n quarkforsche und pilz naja ich hab'n quarkforsche und pilz das ist das einzige warte mal was denn pilz pilz naja pilz pilz der kann mir den arsch rennen kann auch weil der frosch kann's mir nicht im vollen lag ja aber ich guck zu spiele so was war das denn eben hui naja ich hab'n die falsch das zum springen angestellt man springt nicht man springt nicht in die röhre rein so fett ne da war was ne oh mein gott mein lebensretter ist weg oh das ging ja nicht der hätte ich springen müssen hab ich gar nicht so dran gedacht ne ich geh'n mal das untere level ich hab'n nix toll wie viele welten gab's neun neune ich weiß gar nicht ob wir die neunter reichen können so noch keine ahnung fuck warum ist der jetzt stehen geblieben eben weiß ich nicht vor allem ich drück weiter und der bleibt da oben auf dem röhre stehen eigentlich kann man den ständer auch weiterhüpfen lassen und dann erst einsammeln rechtzeitig und warte mal ab und da oben kann man in ne röhre mit einmal rein in irgendeiner von den beiden ich weiß gar nicht wie ich da hochkommen soll weiße nicht aber nicht gegen die pflanze renn sollst du ja dass sie da auch wieder rauskommt da und scheiß gag pflanze tja die kommt halt nur nicht raus wenn du da dagegen stehst ne ja aber dann kommst du nicht hoch das war jetzt echt dämlich ich weiß auch nicht warum du das getan hast ich auch nicht ich weiß das auch nicht was für ein level bist du denn jetzt reingegangen eins warum ja weil ich noch dran bin soll ich jetzt laden oder bin ich ja dran ne ja weil du ja mehr leben hast deswegen hatte ich gespeichert ach weg die pflanze hat denn hier viel betrochen ja ne ach guck mal ein sternchen hau das mal vor dir ab stern du bist nur mein sonnenlicht frisst mich nicht oh nein ich wollte ihn nicht unten haben oh nein ich wollte ihn doch nicht haben das ist ja doppelt gemein ja merkst du oh du dreckiges Huren so ein stück ganz ruhig brauner Nein doch mach gleich was braunes je will aber keiner sehen oder wissen typ 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 ja da kann man nicht rein wäre was wenn man hier reinkommen würde ja und dann am ende raus ne hmm willst du mich verarschen Der will nicht geschnappt werden Ich hab's gemerkt War hier geblieben Toll Ah fuck Bleib jetzt stehen hier Ah man ey Das Level ist doch scheiße ey Die beiden Level sind grad echt kacke Ja Ah jetzt sind die durchgezogen Wir müssen ja mindestens nur eins davon schaffen Ja und dann Kommen wir unten weiter Ja da kommt aber Level 9 Naja Und Meinst du das macht es einfacher Keine Ahnung Aber wenigstens haben wir eins geschafft dass wir weiterkommen Und hier musst du eigentlich rechtzeitig springen Dass du durch die zweite Röhre mit durchkommst Nicht geschafft Aber diese Reaktion von diesem Mario ne Blödes Mist Blödes Mist Ich komme ja schon mal zu weit dass ich den Block anspringen kann sogar Ja Eine Sekunde hat der gefehlt Das wäre wenn du rechtzeitig so gesprungen wärst dass du durch beide Röhren durchgekommen wärst Na hätte wenn Hab ich ja auch Hab ich ja auch nur durch Zufall geschafft eben Ja aber war es denn noch nicht schnell genug Nö nö Das stimmt Das stimmt schon dass ich da nicht schnell genug war dadurch Nö Ja hier geblieben landen, dass du dann weiter kannst gleich. Halt ohne Probleme, ne? Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich den ersten nicht nehmen kann, dann muss ich springen. Aber das schafft man von der Zeit her. Ganz gut. Deswegen ist wahrscheinlich der andere Block da hinten noch. Guck mal, das schaffst du jetzt so, oder wie? Und da bleibst du eng. Ja, du musstest da klein werden. Ist das gemein. Und wenn jetzt hier noch eine Pflanze ist, ich boxe dieses Game. Vor allem, du musstest da sogar klein sein. Ja, der hättest auch rutschen können, glaube ich. Na ja, auf Pflanzen? Ehrlich? Klar, wenn du klein bist, kannst du immer rutschen. Okay. Speichern.